und weiter geht's mit dem nächsten part ich habe die framerate jetzt mal ein bisschen geändert da mir das alles etwas zu langsam ging im video und ich werde jetzt mal gucken ob sich das sich da jetzt was positiv verändert hat also ich mache so nach jedem level ein cut aber kann ja euch egal sein kann euch ja egal sein so rum weil das schneide ich ja dann sowieso alles zusammen nachher so jetzt brauche ich eine sonne ich weiß nicht ob ihr das gehört habt eben immer der spacko hat gesagt coming mal gucken wie weit er comingt kommt ähm 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 sonneblume die heben wir uns diesmal auf und benutzen sie erst wenn wir sie brauchen ach gott ja ja so einfach jetzt muss man zwar schon ein wenig mehr mit denken weil es jetzt fünf felder sind aber so viel mehr naja im moment langweilt es mich immer noch ich hoffe das ändert sich ich wirklich weil ich denke mal für euch ist es auch langweilig im moment im moment im moment wartet ab wartet ab warum wiederhole ich mich da scheiße kommt er so weit kommt er nicht so weit kommt vorsichtshalber ich brauche eine sonne blume nein ich brauche eine sonne hier dankeschön da noch einen hin dann ist die ganze sache kein problem wo kann ich da noch was hinpacken ach scheiß drauf das reicht ja erstmal hier unten fast die riesige zombiewelle die gar keine riesige zombiewelle ist die kommt immer her also jetzt haben wir genügend sonnenvorrat jo 300 325 da können wir ja mal ein bisschen was pflanzen ne eine riesige zwombiewelle nennt sich zwombie zwombie woher kann ich das zwombie ah kim passelbeller oh shit oh mein gott da blick ich nicht ganz durch ja man und es gibt etwas neues eine schaufel eine schaufel okay ab jetzt ist es blind eine schaufel was macht denn die schaufel damit kannst du pflanzen ausgraben um platz zu schaffen ah ok wenn ich es richtig gemacht habe habt ihr den cut nicht bemerkt ähm ah ja genau ich wissen hallo nachbar hallo du skilaube ich bin depi dave aber nenn mich ruhig depi dave ok depi dave ja mal ich habe eine überraschung für dich hast du gesoffen wie redest du mit mir ja aber zuerst musst du deinen rasen aufräumen alles klar benutze die schaufel und grab die pflanzen daraus möge das dudeln beginnen ok zack 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 sodelö jetzt kommt die überraschung punkt 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 wir gehen bowlen hä hier nimm dir diese walnuss dankeschön warum ich dir eine walnuss gebe weil ich steppert bin alter und jetzt los bowlen wie der teufel gellort stier boom oh ok das habe ich nicht gewusst na los die nächste kugel wo ist sie was ist das ich glaube das ist ne böse machen wir die dahin die dahin die dahin die dahin die dahin ah die explodiert alles klar schon und da haben wir noch eine komm komm damit soll noch einer kommen ach schade coole sachen haben sie sich da einfallen lassen let's go let's go oh man oh man oh man na komm 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 ja ok jetzt ist easy ach du schade oh geil also wenn ich das jetzt so mache dann geht die dahin oder ah ok google zick zack game bam mission complete mit komm 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 ähm die mach ich dahin oh bam ja man eine riesige woll zombiewelle zombiewelle ja die heißen jetzt zombies oh mein gott ich brauch noch eins scheiße Ich brauche was, was explodiert. Hopp, ne Rote, ne Rote, ne Rote. Schade. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich nachdenken. Nachdenken. Ich. Hier. Oh mein Gott. Scheiße. Oh Scheiße, der lebt ja auch noch. Oh komm. Puh, knappe Sache. Oh mein Gott. Ja, was ist das? Eine Mine? Kann das sein? Explodiert bei Kontakt. Das scharf machen dauert jedoch etwas. Okay, 25. Okay. Oh, jetzt habe ich das Cutten vergessen. Grausamer Game of Thrones. Hallo. Groß. Ja, dann komm du mal. Mal gucken, wie lange du da bist. Du dreckst alle. Ich brauche eine Sonne. Sonne bitte. Danke. Ich habe kaum noch eine Sonne. Oh, Baby. Hallo. Oh, das kann doch nicht sein. Oh, ey. Scharp. Oh, Mist. Fehler. Hm. Nein. 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 Ich habe noch eine. Komm. Ich spuck es aus. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Ja, spuck doch mal was aus. Hier. Dann machen wir das einfach so. Oh, scheiße. Ja, das war jetzt. Hopp. Eine noch. Du. Spuck. Ja, feines Ding. So. Noch eine würde ich sagen. Oh, jetzt brauche ich zwei. Oder das. Bitte, bitte klappt's. Ja, hopp. Komm raus. Ja, das war ein Fail, oder? Naja, wenigstens fresst das dann. Oh, Erfolg. Boom, Erfolg. Kann ich ja Folge nachgucken? Nein. Was ist das, Alter? Mal vorsichtshalber. Ach so, der springt da drüber, ne? Verdammt. Ja, naja. Das war nötig. Er wollte es so. Gut, jetzt erst mal sammeln. Okay, damit ist... Nein, okay. Da müssen wir noch nicht nachfüllen. Da müssen wir einen nachfüllen. Oder pack da zwei. Ups, Entschuldigung. Vorsichtshalber. Oh, okay. Das wäre nicht nötig gewesen. Bekomme ich das wieder? Ich versuch's lieber nicht. Boom, eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Gut, dann wollen wir doch mal gucken, wie groß die noch nach meiner schönen Kirschbombe ist. Ja, da kann man sehen. Blatt sich an Scheiße, Mann. Oh, Fail. Ähm, Mama. Scheiße, das klappt nicht mehr. Ähm. Puh, keine Ahnung. Hopp, ich bekomme dich noch. Du dumme Sau. Ja, Mann. Graben noch so. Okay, 1-6. Geschafft. Kein Ding. Hagelzuckererbse. Verschießt. Gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Alles klar, ich schon. Kurzer Cut. Ja, ich bin ein 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 kurzer Cut.